Loki? Ja, Helmut? Frag mich mal was. Was denn, Helmut? Irgendwas. Nee, Helmut, ich bin's leid. Ich frag dich nichts mehr. Jetzt sind wir schon im Himmel und immer noch erklärst du mir 24 Stunden am Tag die Welt. Damit ist Schluss und rauchen, rauchen hör ich auch auf. Loki, das schockiert mich. Du weißt, du musst rauchen, frische Luft ist wichtig. Nein, und dieser Spezialist, der uns mal in den Hals geguckt hat, meinte auch, so viel Ruß hätte er noch nie gesehen. Das war ein sehr unwissender Arzt. Das war kein Arzt, das war der Schornsteinfeger.